Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Erstmal eine Frage an dich. Was schätzt du, wie lang ist die längste Brücke der Welt? Also mal kurz überlegen und mal kurz so innerlich eine Schätzung abgeben und vielleicht zur Orientierung. Eine der längsten Brücken in Deutschland ist die Rügenbrücke und die ist etwas über 4000 Meter lang. Ich verrate es dir. Die längste Brücke der Welt heißt die große Danyang-Kushan-Brücke und sie steht in China. Wo sollte es auch anders sein? Und jetzt kommt die Länge. Achtung, sie ist 164,8 Kilometer lang. Das ist für eine Brücke ganz ordentlich, würde ich meinen. Brücken sind etwas, was wir in unserem alltäglichen Leben einfach brauchen. Viele Ziele wären ohne Brücken nur mit großen Umwegen zu erreichen oder vielleicht sogar auch gar nicht. Brücken überqueren schwierige Landschaftsstrukturen. Sie verbinden Stadtteile miteinander, Ortschaften und auch ganze Städte. Brücken sind also wichtig. Von einer Brücke der ganz anderen Art spricht die Bibel. Als Jesus auf dieser Erde lebte, da war er ständig dabei, Brücken zu bauen zwischen den Menschen und zu den Menschen hin. Er ist immer wieder Menschen begegnet, die durch ihre soziale Stellung oder auch durch Krankheit von der Gesellschaft isoliert waren. Und dann heilte er zum Beispiel einen Menschen von seinem Aussatz, durch den dieser eben wirklich keinen Kontakt zu anderen Menschen haben durfte. Und dadurch, dass Jesus ihn geheilt hat, machte er es ihm möglich, wieder ein Teil der Gesellschaft zu werden. Oder er begegnete einem Mann mit einer verkrüppelten Hand und er heilte diesen Mann. Und das tat er sogar am Sabbat. Am Sabbat durfte ein streng gläubiger Jude keinerlei Arbeit verrichten und dazu gehörte auch Heilung. Jesus baute also für diesen Mann eine Brücke zurück in ein normales Leben, zurück in die Gesellschaft und gleichzeitig riss er eine Brücke ab, nämlich dieses Gesetz, dieses Gebot nicht, am Sabbat zu heilen. Und das sind nur zwei Beispiele von vielen Beispielen, in denen deutlich wird, dass Jesus Brücken gebaut hat. Wie gesagt, zu den Menschen hin und auch zwischen den Menschen. Und vieles von dem, was Jesus getan hat, das gefiel den streng gläubigen Juden damals nicht. Das gefiel ihnen so überhaupt gar nicht, sodass sie anfingen zu überlegen, wie sie Jesus umbringen konnten. Aber Jesus ist seinen Weg unbeirrt weitergegangen. Er hatte da diese eine große Mission, diese eine große Brücke vor Augen, für die er auf diese Welt gekommen war, nämlich die Brücke zwischen Gott und den Menschen zu bauen. Und diese Mission, das hat er nie aus den Augen verloren. Er hat sich nicht aufhalten lassen. Er hat sich nicht aufhalten lassen von den Mordgedanken und Plänen der Pharisäer. Er hat sich nicht von Anfeindungen aufhalten lassen und auch nicht von seiner Angst vor dem Sterben. Sein Tod am Kreuz ist zur bedeutsamsten Brücke aller Zeiten geworden. Unendlich viel bedeutsamer als die große Danyang-Kunshan-Brücke in China. Und dieses Sterben am Kreuz, sein Tod am Kreuz war der Beginn für etwas völlig Neues. Ein schuldloser Mensch nimmt die Schuld aller auf sich. Meine, deine und die Schuld vieler zahlloser Millionen von Menschen. Und dann lastete das ganze Gewicht des Bösen in der Welt auf ihm. Es hat sich dort am Kreuz auf Jesus konzentriert. Und er nimmt all die Sünde, all die Schuld mit in seinen Tod. In dem Moment, als Jesus gestorben ist, zerreißt der Vorhang im Tempel. Und dieser Vorhang war bis dahin dazu da gewesen, das Allerheiligste abzutrennen von dem Rest. Im Allerheiligsten war Gott gegenwärtig und niemand durfte dahin. Niemand außer ein hoher Priester und das auch nur einmal im Jahr. Und dann in dem Augenblick, als Jesus stirbt und dieser Vorhang zerreißt, da wird deutlich, der Weg zu Gott ist frei. Die Brücke zu ihm ist gebaut. Und so findet in Jesus Christus der Plan Gottes für diese Welt seine Erfüllung. Der Plan, die Menschen zu versöhnen mit sich und miteinander und zu versöhnen mit Gott. Darauf zu setzen und daran zu glauben, das ist der Kern des christlichen Glaubens. Und in diesem Glauben ist, so erlebe ich, dass ein weiter Raum vorhanden. Da ist Freiheit, da darf ich sein und da darfst du sein mit deinem beschädigten Leben, mit all dem, was wir mit uns herumtragen. Und dort dürfen wir Heilung erfahren. Und in diesem weiten Raum dürfen wir nicht nur Heilung erfahren, sondern auch Vergebung und Versöhnung. Und ich erlebe, dass diese Vergebung mich frei macht von der Last meiner Schuld. Diese Brücke, die Jesus gebaut hat, diese Brücke zu Gott, das ist die Brücke zum Leben. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, Ich bin gekommen, damit sie Leben haben, Leben in ganzer Fülle. Und ich wünsche dir, dass du den Mut hast, deinen Fuß auf diese Brücke zu setzen und das in Anspruch zu nehmen für dich, was Jesus da getan hat. Und zu sagen, ja, ich will über diese Brücke gehen, ich will in die Nähe Gottes gehen. Und ich wünsche dir, dass du das Leben in Fülle entdeckst.